Der Sealander ist eine echte Neuheit. Leicht und kompakt kann er sogar von einem Kleinwagen gezogen werden. Innen bietet er jeden wirklich notwendigen Campingkomfort. Der Clou allerdings zeigt sich erst, wenn der durchgestylte Caravan zu Wasser gelassen wird. Denn ein Hausboot ist der Sealander auch. Bis 5 PS Außenbordmotor brauchen Sie auch auf Wasser keinen zusätzlichen Führerschein. Das reicht für einen adäquaten Vorschub bei dem Schwimmkaravan vollkommen aus. Auch auf Land aufgrund des geringen Gewichtes bedürfen Sie keinen weiteren Führerschein. Und da reicht die Führerschein Klasse B. Schwimmen kann der Sunlight Enjoy nicht. Dafür ist der für eine vierköpfige Familie ausgelegte Caravan das vielleicht günstigste Einsteigermodell. Für knapp 9000 Euro ist eigentlich alles an Bord, was das Camperherz höher schlagen lässt. Küche, Nasszelle mit WC, Kühlschrank und vier volle Schlafplätze. Junge Familien aufgepasst. Das Fahrzeug hat eine Gesamtmasse von 900 Kilo. Das heißt, jedes Zugfahrzeug, das im Leergewicht schwerer ist als dieser Anhänger, was eigentlich ja jeder Kleinwagen ist, der kann eben dieses Auto ziehen und hat auch eben die Führerscheinzulassung dazu mit den dreieinhalb Tonnen Zuggesamtgewicht. Dieser Prototyp von Ross Design kann sofort in Serie gehen, sobald die Nachfrage da ist. Das Besondere, klein auf der Autobahn, zweigeschossig auf dem Stellplatz. Raumwunder und Luxus für knapp unter 30.000 Euro. Nach oben offen, klar, bei diesem Modell. Es geht aber auch immer noch kleiner. Der Boer 3X sieht auf den ersten Blick zumindest winzig aus. Doch wehe, wenn er losgelassen. Aus dem Zwerg wird ein kleiner Riese. Das kostet momentan noch mit Steuern, inklusive Steuern, 25.000 Euro. Und das wird, sobald das natürlich in großer Serie gefertigt wird, mit Sicherheit auch günstiger kosten. Für schlappe 134.500 Euro gibt's hier den puren Luxus. Euramobil bietet das Spa-Mobil an. Ein Wellness-Tempel auf vier Rädern. Mit Niedrigtemperatur-Infrarot- und Lavasand-Technologie ist die kleine Spa-Kabine im Heck immer dabei. Das Fenster allerdings wird bei Auslieferung geschlossen. Im Beарищ Bewoman Sobald Beunto Begeb Bewe Be버 Be